ja willkommen zu scum ich habe jetzt mal bei steam geguckt bei den suggestions so denn das hunting rework ist so ziemlich das unbeliebteste was in der letzten zeit reinkam laut entwicklern soll es die jagd spannender machen und es soll es schwerer machen an fleisch ranzukommen das ding ist ja komplett nach hinten losgegangen ist es weder spannend noch kommt man schwer an fleisch man latscht einfach diese diese kleinen spots ab die den folgte hinweisen und dann taucht das vieh vor dir auf das ist nicht schwer und realistisch schon gar nicht und was game powers auch völlig außer acht gelassen hat es gibt menschen die gerne spielen wollen aber auch jagen wollen weil das ja nun mal auch ein normaler bestandteil eines survival games ist also möchte man meinen überleben nahrung beschaffen jagen gehen hier kannst du keine fallen bauen oder sowas also jagen gehen und hier gibt es zum beispiel auch immer mehr leute die sich aufregen dass dieses hunting rework für sie einfach nicht funktioniert weil sie ein problem mit dem gehör haben also diese leute sind entweder komplett taub oder können sehr schwer hören und für die da ist es das diesen komplett raus aus diesem mini game ja es gibt spiele da gibt es modi für leute die farben blind sind aber für leute die taub sind ist sowas hier nichts und das ist schade ja das ist richtig das ist richtig schade weil die müssen sich ja darauf verlassen wo kommt das geräusch ja ich für mein teil ich habe ein tinnitus auf beiden ohren das ist als ob zwei zahnarzt bohrer permanent 24 stunden am tag neben mir sind und dann konzentriert ich mal auf so ein gackerndes huhn und wo die spur ist das ist mega kompliziert und das ist anstrengend es macht keinen spaß wenn du dich mega anstrengen musst und konzentrieren musst das ist weder spannend noch sonst irgendwas es macht einfach keinen spaß und es ist abgesehen davon natürlich auch mega unrealistisch und wir tun natürlich auch die leute leid den es noch beschissener geht mit dem gehör als mir wie den leuten hier die sich da denen das noch schwerer fällt da überhaupt was mitzukriegen und die kommen ja natürlich dann nicht in die freuden dieses gameplays also da hat gameplays na gut die haben bei diesem ganzen system nicht wirklich logisch gedacht ich weiß nicht ob sie da ihren eigenen shit gerucht haben den sie später eingefügt haben hier ich weiß es nicht aber es macht keinen sinn es wie gesagt und es schließt natürlich die leute die ein extremes problem mit dem gehör haben komplett von diesem schlechten minigame aus ja aber es gibt immer noch leute die dann sagen ja ich 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 die denken halt nicht an andere hauptsache sie haben ihren spaß aber mal auch an andere denken wie diese leute die jetzt hier wirklich extremes problem mit dem gehör haben und die halt komplett ausgeschlossen sind von diesem thema von diesem minigame das machen die wenigsten ja es ist immer noch ich 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 ja ich habe spaß daran ja mir gefällt das ja denkt doch mal ein anderer du selbstverliebtes arschloch ist doch so ich meine ich weckere auch immer rum aber ich weckere dann aber auch aus nachvollziehbaren gründen und hier breche ich halt auch mal eine lanze für die menschen die denen es eben auch mal scheiße geht hier die die irgendwie ein knalltrauma haben oder oder ihr gehör durch andere sachen wie unfälle und sowas verloren haben oder die pauschal seit geburt an nichts hören wenn die leute haben sowieso eine kleine lobby gerade beim gaming ne also wie gesagt es ist nicht spannend dass hunting gedöns es macht es macht es ist scheiße fertig und das sage ich nicht nur um jetzt für die für die leute die nichts hören in die breche breche zu springen sondern ich finde es die ganze zeit schon scheiße ja und warum haben die es gemacht um irgendwie das spiel zu entlasten oder sowas oder ich weiß es nicht da sollen sie lieber weniger tiere reinmachen die dann aber sinnvoller spawn weil hier hast du keine tiere ab und zu kommt mal bernd oder wolf aber die sitzen dann immer vor dir im gebüsch oder sowas naja ich bin übrigens ich habe neu angefangen musste ich fatal error en masse und ich konnte dann auch nicht mehr zurück in meine base und so und ich habe dann gesagt naja das game ist derzeit sowieso so broken da macht das jetzt okay unterschied wenn ich jetzt neu anfange jetzt norden jetzt mal gucken wo ich jetzt hin löwe ja hat mich runter gefuckt hier an die stadt da überlege ich mir jetzt ob der bahnhof vielleicht nicht die bessere maßnahme wäre aber ich wollte mir in der stadt gucken ob es vielleicht ein fahrzeug da ist ich konnte jetzt so nicht einkaufen ich habe ich war vorher vorher schon in der stadt gewesen man sieht es an meinen klamotten habe dort ein paar schraubendreher gefunden dann kam der airdrop den habe ich gemacht da war ein svd drinnen nachtsichtgerät solche kleinigkeiten rucksack oder sowas war nicht drinnen wie man sieht klein bühnchen geht als abc schütze jetzt in die große stadt natürlich wie jeder abc schütze mit einem blutigen beil ausgerüstet so wie man es eben kennt und ich suche mal feuerzeug die lösen sich komischerweise immer auf die feuerzeuge ich kaufe am anfang des monats sieben oder acht feuerzeuge gegen mitte des monats ist einzeln übrig ich weiß nicht wo die dinger hin verschwinden ist ja nicht so dass ich hier irgendwie quer durch die wettgeschichte läuft oder sowas ich sitze ja nur hier hier müssten sich die feuerzeuge stapeln ich verstehe es nicht mein ganzes leben sein rätsel erst mal schreibt die bunte und immer mal bericht über mich skandal im hause brux was weiß könig charles darüber oder feuerzeug von jack brux gaming weg und warum guckt kamilla so komisch bei der erwähnung des verlorenen feuerzeugs und so naja das sind die einzigen zeitschriften die heute noch im laden stehen solche komischen bums zeitschriften hier mit emma und de bunte und hast du nicht gesehen diese ganzen schmonzetten wo nur schwachsinn hansi hinterseher guckt komisch oder seine frau ist sie fremdgegangen so ein schwachsinn das leute dafür immer noch geld zahlt und dann wundern sie sich oh die printmedien sterben aus na gott sei dank bei dem was übrig bleibt das müssen zuerst sterben der axt im wald ach jetzt kommt die ticke nee das ist mir zu viel arbeit ach noch ein paar wie feiner angezogen ist ja wir haben was zu trinken schön ist die ticke weg bestimmt hat sie gesehen dass er nicht zu essen drin ist und wir haben ein läppchen noch mehr kack den wir nicht brauchen aber was wir brauchen ist trinken ganz trinkend also so ein neustart ist ja auch mal was geiles ich wollte eigentlich damit warten bis die neuen bunker kommen aber das wird ja wahrscheinlich noch eine weile dauern kann man das auch zum desinfizieren nehmen näher oder das müsste doch dieser starke schnaps sein desinfizieren doch geht das finde ich gut dass man jetzt auch hier also nicht nur mit absinth seine sachen desinfizieren kann sondern ja dass man da auch die an den anderen starken alkohol benutzen kann ist praktisch und logisches geschichte möchte man gar nicht mein game players hat in der letzten zeit nicht viel logisches hier mit reingebracht aber das macht dann schon sinn zum beispiel macht es keinen sinn warum wird mein charakter nicht müde ich habe es eigentlich aktiviert dann habe ich so deaktiviert dann wieder aktiviert hauptsache die haben so nützliche sachen drin gelassen wie aktiviere flugassistent das haben die gar nicht rausgenommen ne weil für mich macht das gar keinen sinn selbst essen zu kochen weil wenn du selber essen kochst da das ist gut gegen ermüdung was wieder unrealistisch ist also wenn ich selber was koche bin ich in der regel danach platt dann dann falle ich ins fresskoma deswegen könnte ich ja auf arbeit nie mittag essen danach ist bei mir ruhepause das ist im tierreich ja auch nichts anderes man frisst und dann legt man es direkt tief aber arbeiten ach du scheiße deswegen habe ich schon einen bogen gemacht schöner rucksack das wäre ja so mein bogen na guck doch mal guck das schulböhnchen vielleicht sehen die durch den maschendrahtzaun nicht was ist das für ein scheiß ach jetzt sehen sie mich alle beten ja nicht klar das gehst du nicht abseppel das ist quatsch ja ich hab kingdom come gespielt ich hab auf der harte tour gelernt mit bogen ohne zielkreuz zurecht zu kommen kann ich ja durchballern eigentlich müsste ich das das guckst du nicht abschnuller das ist ein scheiß jetzt geh mich ja nicht mal an meine pfeile ran oder was ja die kann doch einfach abziehen ach bönchen mensch ich musste doch noch ein haus bauen und den ganzen shit ich geh mich hauen kann ich den aber meine pfeile sind die weg die sind doch da ich geh mich ran und dann nimm zu sein scheiß komm mal her hier geh mich durch den maschendrahtzaun hauen kann ich den nicht aber pfeile kann ich den aber pfeile durchschießen das ist quatsch hier ist alles quatsch die physik ist im arsch das hunting rework ist im arsch ist das zu essen ach die kacke die müssen mich ja nicht alle mitkriegen oh mein gott ich glaube ich brauche bald wieder eine neue axt das ist am anfang immer so hier findst du nicht wenn du neu anfängst findest du hier nicht aber wenn du hier reinkommst loot ist einfach nur noch aus langer weile weil du ja schon alles hast da findest du hier alles m82 raketenwerfer m82 raketenwerfer 500 schoss munition und die nachsicht gerät ne toll kannst du da wieder zum händler laufen verkaufen bieter bieter das macht er immer am anfang das schmeißt er erstmal pauschal immer alles weg was ihm am leben erhält das ist das später macht er das nicht mehr das macht er immer nur am anfang jetzt kommt wieder so ein komisches Huhn das man nicht sieht naja das gehöfst du nicht ab blödes Kuh ja blödes Kuh ja ich bin behindert bis du sonntag so jetzt schauen wir mal ach dieses Huhn das regt mich so öff dieser scheiß was ist das jetzt hier Puderzucker he Icing Sugar so Sugarböhnchen komm Sugarböhnchen wir brauchen Sugar viel Sugar schmeckt irgendwie komisch egal wir brauchen Zucker Zucker ist Energie so was ist jetzt unser Ziel der Schreibendreher bräuchte man einen Stoß alle haben wir ja ja dann Polizeistation Schrott zu holen denn ich hatte vorhin gerade auf dem Bunker wo ich jetzt gerade war wo das gestartet ist ähm hab ich eine alte Schrotflinte gefunden wollte die einpacken Fatalerror läuft so ich möchte jetzt natürlich auch nach Möglichkeit den Puppies aus dem Weg gehen hier glaube ich sind Garagen ach du Shit ja voll bewaffnet wäre das ja natürlich nicht so das Thema ne 1 2 3 4 Puppies 5 uh Brille Brille sehe ich immer zuletzt oh ja ach das war die verkehrte Seite jetzt bräuchte jetzt bräuchte man ne Pute wo ich reinhuppen kann uh das Huhn jetzt ist hier das ist das HHS und der wo du so reinhuppen kannst aber das hupen wir hier rein was ist das gemütlich ist die Schule ach Böntchen das wird nicht der muss halt immer an jedem Spot aufs Maul kriegen oh mein Gott oh mein Gott ja kingdom come und so ach Böntchen wie der mich blamiert ah das Böntchen wie es nicht feierlich ist was machst du ich tricke immer was 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 macht was war denn das jetzt ich habe gar nichts gemacht jetzt geht er her diese schon im letzten Video hä die Gippen hä machen ich selbstständig oh ein Lederrucksack passt da mehr rein als in den wir jetzt haben nö aber das sieht das sieht nicht so scheiße aus so da packen wir mal hier das leichte Gerümpel in diese taktische Jacke die taktische Jacke kann erstaunlicherweise nämlich nicht so viel Gewicht tragen und wir haben sogar schon unser erstes Kochbuch gefunden juhu und so aber da können wir wenn wir Mehl finden dann auch gleich ein Brot backen ja 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 Brot 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 so die Mütze behalten wir natürlich auch denn Böntchen wird er dann bestimmt gleich wieder anfangen zu meckern dass es ihm kalt ist so 45er mumpeln ne 9mm aber wir haben auch 45er so ja hier werde ich bestimmt keine Wanderrucksäcke oder sowas finden aber so klamotten mäßig ja eine Trainingshose ist hier rum oh ja ein Schokokuchen ja wenn ich hier mal so einen Spastenanfall habe dann liegt das nur da drum dass hier so eine komische so eine Fliege immer schmusen will ich weiß nicht was die so für ein Problem haben Fliegen Fliegen sind genauso doof wie Menschen die mit Haien tauchen ne ach ganz nah ran an den Hai und hier und an den Rochen und hier ins Maul reinkriechen und sowas ne oh ja wir müssen ja für die Kamera irgendwie was geiles bringen weil ich bin ja der Haiexperte und sowas ne ja ja scheisschen dann ist man tot die Arroganz des Menschen ist unergründlich noch so ein Magazin hier he ja oder hab ich das jetzt hergelegt ach ich nehm schon wieder einen Haufen Stuss mit den Schraubten ich brauche jetzt ja ne ja Hauptziel ist ja immer noch Polizeistation das ist so hochbönscht dann kriegst du gleich wieder WW ja ja hier ist ein Stück oh was liegt hier oben die Übersetzung geht hier irgendwie auch ein Bach runter Birnenkompost Kompost oh jetzt müssen wir hier aufpassen ich muss ja mal lauter machen oh wo kommt der her wo was war das ach du fuck tschüss oh Kisten jetzt muss ich ja springen alter na komm gucke mal hier bin ich das ist ja auch so gut jeder kommt meine Kusche hier gucke dir das an he schau deswegen bin ich froh dass ich das scheiss Bogen hier mitgenommen hab immer einer nach der anderen ja gucke die dicke und das ist ein Huhn du sollst das aufsammeln und schnocken jetzt musst du hier alle nackt machen weil da zu blöd ist die Pfeile rauszuziehen ja und dann tust du ja noch die verkehrte Bumpilla ausziehen hm 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 ich glaub das macht er mit Absicht da hä wo sind die ganzen Pfeile hin? ne Nadel die da hängen das erinnert mich so an meine glorreichen Zeiten wenn ich besoffen nach Hause kam so vom Feiern mit 19 20 es waren gute Zeiten und da kommt der Nächste ach du Kacke so jetzt zwei Pfeile bitte ich krieg wieder bloß einen ich versteh es nicht warum zieht er die nicht einfach raus die Pfeile? warum müssen wir die Puppies hier ausziehen? ich glaub da werd ich mal bei Steam eine Anfrage machen was das für Sinn haben soll ich bin beim Loten Junge wo kommt denn die alle her? die können wir doch nicht alle jetzt gehört haben weil ich schon der Alten rumgewühlt hab halt doch mal still was ist denn das hier? der rumhängt he? wie der Nachbar ja der Nachbar ne da hat man ja gegenseitig immer sich so vollgeprotzt ne der eine Papa der hatte hier ne neue Uhr und da hing er dann da ne ja 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 das ist ein schöner Tag ne ja ja und 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 ja 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 ich musste letztens mein Auto und der TÜV und so ja 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 komm doch mal ja ja so war das bei uns früher immer irgendwelcher neuer Scheiß gleich geholfen he? die Nachbarn und sich gegenseitig da haben sie sich gegenseitig hochgeschaukelt hier das Kind von dem einen hatte Sega Mega Drive schwupps die anderen Kinder mussten nachziehen und mein Vater auch he? nach der Wende gewesen und ja na der Fernseher ne da kam der Nachbar auch mal hoch ja 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 hundert Herz und so ne und mein Vater damals schon immer so rumgepföltet mit der Uhr er hat immer eine neue Uhr he? ja 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 hier hundert Herz und so und ja und hier das ist ne Uhr so ein Geprotze so ein Geprotze entweder die Leute protzen mit ihren dummen Autos oder mit ihren dummen Uhren oder mit ihren dummen Fernsehern oder irgendwelche YouTuber protzen mit ihrem Computer Setup und hast du dich äh ja ja ich bin bei Luke und so weiter hast du geh Bock zu spannen Böhnchen? Irgendwas Irgendwas das ist ja auch wieder so dieses typische männliche ne ja ja das ist wie so wie die Paviane ne wenn so die männlichen Paviane geil sind ne dann kommen sie an ne und zeigen den Frauen ihren Arsch und wer den fettesten und rotesten Arsch hat darf dann die Affenkuh besteichen und das ist heute nichts anderes ne die Männer sagen sich oh tolles Auto mein Haus mein Auto mein Boot ne und jetzt hat die Frau gefälligst willig zu sein und die Höstchen zu öffnen ja jetzt hab ich hier die falschen Mumpeln aber die Knarre könnte ich mal mitnehmen ich kann mir doch ein Holster basteln ach ne C2 und Infektion ich hab jetzt hier bei dem Neustart auch nicht so mit dem fetten Medizinskill oh wir haben 50% Gesundheit ja ach shit ich hätte die Flasche Alkohol noch mitnehmen müssen so C1 das geht zurück zurück im Glück seinங so einen Scheiß Böenchen Hörstchen ich bin so verwirrt Die Farbe geht hier raus ich hab schon geguckt ahja die Puppen kommen ja an die warten bloß bis der Irrchen Irrchen No Kiste rumежду Dann kriegst du sofort einen rein und jetzt ist die Obstung. Oh, das ist auch noch so ein fetter Soldaten-Dude. Guck, wie erwartet, jetzt will ich mich während der Kiste rumwühlen. Jetzt tue ich wieder so, als ob ich in der Kiste rumwühlen. Jetzt hänge ich fest! Mensch! Oh, kommt die die Lady Q her? Ich glaube ich, dass es keine Pfeile mehr. Das ist übel. Hui! Ach du, ich hab noch einen. Lady Q. Jetzt, dass ich keine Pfeile mehr. Jetzt kommt der Nächster! Kommt die Rennen bei uns! Der rennt nicht. Der kann nicht mehr rennen. Ich glaube ich bin tot. Ja. Gleich, gleich, gleich sind wir soweit. Gleich sind wir reif hier. Hier sind wir verrecken an den Milchcontainern. Geil. So, neuer Start. Das hat bin ich nur geträumt. Das war nur ein schlechter Traum. Jetzt geht es nämlich nur ganz woanders runter. Jetzt haben wir wieder nichts. Ach, guck ihr an! Direkt fast bei mir heben. Hier an meiner alten Base. Also, die Stadt mit meinen Puppie-Einstellungen, das ist, das ist zu heftig. Das ist zu heftig. Wir müssen jetzt lang. Da lang. Da ist das See. Das ist ganz schön schnell, he? Halt doch mal ein. So. Ja, das schreit ja geradezu nach dem Bunker, ne? Weil, was haben wir schon zu verlieren? Ich war ja zum Glück vorher schon auf der Bank. Ja, hab ja gesagt. Airdrop und so. Da konnte ich ja das SVD und so weiter verkaufen. Deswegen hab ich jetzt so ein bisschen Fett auf der Bank noch. Den Scheiß. Ich renne da jetzt nicht noch mal runter zu der Stadt. Mit den Puppie-Einstellungen. Das ist schon heftig. Das ist schön heftig. Ja, natürlich. Der erste ist immer nur Einstein. Jetzt müssen wir weitersuchen. Wir brauchen erstmal wieder ein Stehenmesser. Ne? Das Böhnchen. Aber das ist schön. Das sind wir ja gleich zu Hause. Ich meine mit den Standard-Puppie-Einstellungen ist das ja schon unschleicht. In dieser Stadt da unten. Aber dadurch, dass ich das ja noch ein bisschen hochgeswitcht hab. Ja, vier Stöckchen. Wir brauchen natürlich noch eins mehr. Ab, du dumme Fliege. Ich will dich schmusen. Ich will dich mit Böhnchen schmusen. Jetzt schifft das. Die Erde weint, weil Böhnchen gestorben ist. Sie weint bitterlich. Was soll ich jetzt machen? Seil. Genau, wir brauchen ein Seil. Also mit dem Enddut wär ich ja noch fertig geworden. Aber ich konnte ja nicht mal wegrennen, sonst wär ich abgehauen und in irgendein Haus wieder rein. Scheiße. Das ist schon, ne? Die Stadt halt. Die letzten zwei Male hat mich das Spiel immer bei einem Neustart da runtergefuckt. So, jetzt müssten wir ja endlich mal die Axt machen können. Das Böhnchen hat halt nicht so viel Kraft, ne? 2,0. Das habe ich genauso eingestellt, mehr oder weniger, wie beim letzten Mal, wo ich noch mit dem alten Böhnchen gespielt hab. So. Da hat er ja auch Kraft schon 2,0 gehabt. So. Das Messer brauchen wir das jetzt? Ne, he? So. Oh, da unten der Airtrop. Ja, der nützt mir jetzt aber viel. So, Süden. Irgendwie was, ne? Süden. Ja. Ja. Ja, zu dem Ding würde ich ja gerne mal hin. Bloß das Problem ist. Ne, das ist scheiße. Der Bunker höchstens. Aber das ist der große Bunker. Und das ist übel. Ich habe keinen Rucksack, kein gar nichts. Aber dort hast du ne gute Wahrscheinlichkeit, irgendwie sowas zu finden. Ich würde sagen, das wird heute ne längere Folge. Äh, wir huschen mal kurz zur Stadt hier. Mal gucken, ob wir da irgendwie was finden. Einen kleinen Rucksack oder sowas. Und dann, mämäm. Mämäm. Und ein Auto. Mämäm. Hier hoch. Und da ist ja ein kleiner Bunker. Den müsste Böhnchen dann noch so einigermaßen geschissen kriegen. Ja, Böhnchen, das ist irgendwie die verkehrte Richtung. So, jetzt brauchen wir entweder Angelgedöns. Ja, Handschuhe werden natürlich auch praktisch. Und zudem wird die Hände wieder wehen. Dann verblutet er. Die Bolzen. Was sind das? Knoblauchsamen. Muss ich erst mal ausruhen. Das arme Böhnchen, was jetzt wieder rumrennen muss. Hm, hm, hm. Greenscreen, hä? Ja, irgendwie muss ich mal den Greenscreen ein bisschen weiter nach hinten stellen. Ah ja, ich muss alles generell nochmal hier ein bisschen optimieren, ne? So. Äh. Ja, Fädchen gibt es meistens in solchen Häuschen drin. Aber die findest du eigentlich auch fast überall. Guck mal, hier haben wir noch was zu essen, mein Böhnchen. Jetzt brauchen wir zwar noch nichts, aber das kann sich ja gleich ändern. Ein Küchenmesser, genau, das nehmen wir mit. Wir hatten zwar vorhin das Steinmesser, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ich hab jetzt so die Hoffnung, dass wir jetzt ein paar Klamotten finden. Ein Rucksack. Die sind nicht mehr so häufig zu finden. Also ich vermisse meinen coolen Rucksack, den ich ja die letzten Tage immer dabei hatte. Ich find den eigentlich cool, ne? Von der Optik her. Macht das schon Fades. Die Lutfee, ja? Die lässt mich zappeln. Oh, Bolzen. Hallo? Ein Hut. Geh Böhnchen, hä? Wir sind's für nicht so schade heute. Ja genau, Klamottenschränke und sowas. So, verhungern wären wir ja hier nicht. Jagen müssen wir ja nicht, ne? Wir laufen doch hier kein Köpchen Geräusch hinterher. Ja, Garagen liegen auch manchmal Rucksäcke rum. Ich hab mir sagen lassen, manchmal auch an Tankstellen. Manchmal auch an Tankstellen. Oh, guck mal, was zum Knacken geht. Jetzt haben wir kein Platz mehr. Weil, wenn wir jetzt vielleicht noch ein paar Schraubendreher finden, da könnte man ja eigentlich auch mal in die Polizeistation reingucken. Alles zu seiner Zeit, nicht wahr? Ja, aber wir nehmen schon mal die Dinger mit und die Bolzen. Kann ich mir behörden mit dem Monster an die Seite kleben. So, ansonsten. Jetzt guck ich mal im Laden. Also in solchen Läden sind ja eigentlich keine Rucksäcke. Aber gucken kostet ja nichts, ne? Gibt's höchstens eh noch mal. Ah, da sind auch noch Knetdinger. Nehmen wir die Ruhe. Das ist das Böntchen in Frieden. Ja, ne. Ich hab doch nicht zu verbinden. Fällt mir grad mal so ein. Ah, Shit hier. Oh, wir haben Senf. Das ist schön. Wir essen jetzt eine Orange. Ah, das Böntchen hier ist ein bisschen schwerer als das andere. Hm, hm. Jetzt hab ich gleich mal 71 Kilo, hä, die fette Sau. Ja. Ah, dieses Nahkampfsystem ist für den Arsch. Drückst du dich ja dumm und wulst. Ich blute. Hier. Mir ist ein bisschen kalt. Ich hab auf meine Maus geascht. Herr Bönsch, du musst noch was anderes sagen. Wie wär's mit... Meine Füße tun weh. Oder die Füße sind nass. Ja, Klamotten. Ich will gar nicht wissen, was er für W.W. hat. Ja, mit den Bolzen. Bolzen, Bolzen, Bolzen. Bremsflüssigkeit. Ich glaub wir müssen in Wohnhäuser reingehen. Weil hier werden wir wahrscheinlich nicht finden. Wir müssen uns ja auch schon mal verbinden. Jetzt finden wir ja alles außer was zum Verbinden, ne? Man kennt das. Du findest ja nie was du brauchst. Ja, Nähzeug ist auch. Kann man auch vergessen. Was ist denn hier los, Alter? Ja, ne. Ne Schachtelmumpeln. Na, die nimm mal mit. Wißt du, jetzt gibt's... Dort wo normalerweise die Klamotten drinnen sind, hä? Da liegen die Mumpeln. Aber wenn ich mit der Schrotze rumlaufe, stundenlang, find ich gerne Mumpeln. Vor allem nicht in Wohnhäusern. Nicht in Nachtischschrank. Bolzen? Ich brauch dringend Bolzen. Ich reib'n Dreher. Nimm mal mit. Jetzt brauchen wir die Dinger nicht mehr. Jetzt haben wir ja welche. Ich hab'n jetzt Angst, mir dann irgendwelche Waffen wieder einzupacken, hä? So, hier ist der Laden. Da brauchen wir gar nicht zu gucken. So, da wird's nochmal heftig. Ich brauch'n Nähgarn oder ne Bauchtasche oder irgendwie sowas. Ach, du findest ja keine Klamotten. Du findest Opa mit Klamotten. Aber die Klamotten von denen nützt mir nicht. Die kannst du nicht anziehen. Kannst du schon, aber die sind alle kaputt. Ja, jetzt find ich ja eh mal Messer auf Hebst, hä? Und die Küchenbretter. Ein Krüger Magazin. Ja, das ist schön. Ich hab'n Platz für den Stoß. Nee, ich bin da auch nur ein paar Klamotten. Schuhe. Schuhe. Gibt's hier wenigstens Schuhe? Nee, verdreut ich den Papa. Und ne Mütze. Nee, danke. Geh weg, Mann. Ach, nö. Ach du Scheiße, ja. Noch irgendein jemand hier? Komm, meine kleine und sie, der geht noch hier. Meine kleine Dorfnudel. Auch ne Ziege. Ich weiß auch, wo sie dann steht. Wir laufen jetzt dahinter. Da ist ein Clou, wie man so schön sagt. So ein Hinweis. Dann läufst du hier eben um das Polizeirevier rum. Dann dahinter. Und dann am Ende ist die Ziege da hinten am Wasser. Die ist nämlich immer da. Das spornt immer. Dort. Das Vieh. Aber wir haben ja ein Hand-Review-Work, weil das alles viel spannender ist. Und das Fleisch viel schwerer zu beschaffen ist. Tja, nee, ist wahr. Das küft doch nicht ab, weil es gar nicht stimmt, was die da erzählt haben. Es ist voraussehbar. Es ist langweilig. Und es ist nicht spannend. Zumindest für alle, die ein IQ jenseits eines Steins haben. Der Rest feiert. Der Rest findet's geil. Das ist mir scheißegal. Immer die dicken. Nein. Achso, das ist ja alles auf einem Bereich. Das gibt's doch nicht. Ich finde keine Klamotten. Haufen Klamotten-Schränk, aber keine Klamotten. Ich habe immer noch 75 Gesundheit. Und eigentlich bräuchte ich bestimmt mal wieder was zum Desinfizieren. Ah, wieder so eine Schnulle. Mh. 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 Komm raus hier. Jetzt treffst du aber bloß die Wand. Mh. 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 Arbeiterhose. Mh. 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 Wir scheinen da viel auszuhalten, ne? So, jetzt brauchen wir es zu verbinden. Immer noch 75. Wir haben die neue Schlipper. Bleiben wir ausrüsten die Pumper. Jetzt haben wir kein Alkohol. Zum Desinfizieren. Wahrscheinlich sind wir wieder... Ja, jetzt brauch ich die Scheiße. Wahrscheinlich sind wir wieder infiziert. Ne, sind wir nicht. Das braucht aber lange, um zu heilen, ne? Oh Gott, wie viele Puppen hier sind. Zum Glück ist es der dumme Opa. Jeder Spot hat so seine Bolzen, ne? Hier sind es die Mundschützer. In Garagen sind es die anderen Dinger hier, die Bolzen. Jaja, das ist schon nicht so einfach hier, ne? Vor allem, wenn du... Das Gute ist, wenn du neu anfängst. Du hast ja mehr oder weniger eine klare Vorstellung von dem, was du gerade suchst. Eine Knochennadel. Die hilft uns aber nicht. Wir haben hier schon mal menschliche Haut. Weil die bräuchten wir auch zum Basteln. Ja. Ja. Hm. Ah, na gut. Puppies findet man ja überall. Ja, weil... Ich würde mir gerne einen Köcher basteln. Oder drei Lumpen und das Seil. Seil und Stöcke, ne? Ah, gucke Fätschen. Siehste? Jetzt sprichst du meine Sprache. Und jetzt können wir uns endlich einen Köcher machen. Jetzt habe ich auch genug Platz, um mir einen Bogen zu machen. Und Pfeile. Und dann können wir mal die Polizeistation abschnecken. Mir ist ein bisschen kalt. Ich wünsche, du kannst schon mit der Haut zudecken. So, jetzt haben wir endlich einen Köcher. Jetzt nehmen wir aber noch den anderen Knochen. Denn falls wir mal wieder Nähzeug finden und sowas. Schade, dass er nicht zum Desinfizieren da ist. Das ist natürlich nicht so praktisch. Aber naja, so ist das. Oh, was zum Verbinden. Das ist natürlich gut. Hier waren wir schon. Gut, dann... Mache ich mir jetzt noch schnell einen Bogen. Dazu brauchen wir ein Schwunggebüsch. Und dann können wir uns den Bogen machen. So, wir sind fast bereit für den Bunker. Da wollen wir eigentlich nur rein... Oh, eine Möhre. Da liegt eine Möhre. Da liegt eine Möhre. Das werden wir höchstwahrscheinlich nicht machen können. Weil... Zwei Schraubenumdrehungen... Zwei Schrauben können wir drehen. Das ist nicht viel. Tja... In meinem anderen Püppchen da... Das hatte ja so einen gelben Schraubendreher gefunden. Im... Airdrop. Aber natürlich wird mir das ja nicht lange gegönnt. Das, die man ausziehen muss. So. Und Schraubendreher. Jetzt können wir schon mal vier Schränke knacken. Das ist schon mal eine Armory. Das ist schon mal gut. Ist jetzt nicht der dicke Shit? Aber in den Waffenschränken selber befindet sich ja eigentlich auch kein Rucksack oder sowas. Mich interessiert da eigentlich eher alles drum rum. So. Plus hier in der Polizeistation hat man auch manchmal das Glück, dass hier solche Einsatzrucksäcke sind. Seife. Ja, jetzt hat mich einer mitgekriegt. So. So. Ja, hier haben wir wieder Mumpeln. Oh, Friedfische. Ja, die nützen mir nicht. Ich brauche Schraubendreher. Mal wieder. Oh, ein Würzscherfleisch-Snack. Guck mal. Der Opa war nicht so zickig. Der hat mir gleich die Pfeile gegeben. Sehr sozial. Sozial und kollegial. Oh ja, jetzt lieg' ich nur überall welche rum. Oh. 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 Wenn sie als Rucksäcke sind, habe ich meistens oben Glück. Oh, eine Flasche Wasser, die nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Im Augenblick haben wir mehr Durst als Hunger, wie die da hängen, ja. Rullig. Oh, das licht nicht. Ne, das licht nicht. Es war nur ein grober Pixel. Jetzt wirst du ja mit Fressen zugeschissen. Ihhh, dann wächst schon eine Bart drauf. Gleich und gleich gesetzt, ich gern. So. Ein Holz dort, das nehmen wir doch mit Kusshand. Zwar noch keine Waffe dazu, aber, was nicht ist, kann er noch looten. Das beim Schlüpper war schon eingepennt, das kenne ich. Das ist spaßig, ich wasche meine Schlüpfer nicht. Das wird bloß mal ein halbeschund rausgehangen. Fertig. So, wir haben noch einen Schraubendreher gefunden. Was ist denn das? Achso, Autozeug. Body Ride. So, hier haben wir schon mal Koch geschossen. Ich suche ja nur Bolzen. Und ich finde welche. Ja, wenn man jemals Bolzen sucht. Da dran herrscht kein Mangel. Ich hör schon wieder Geschnüffle. Gibt's gleich wieder auf den Sack. Aber wir wollen zum Bunker hoch. Scheiße, ja. Ne, ne. Das macht mich nur ganz wuschelig. Ich hör immer dieses Vögel-Fiepse, aber hier sind keine Vögel. Hier ist alles tot. Alles Puppi. So, ich glaube nicht, dass hier ein Fahrrad ist. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Hier sind auf jeden Fall viele Puppies. Dreie. Viere. Wir gehen einen gekonnten Bogen. Da kichert es euch schon ganz kikik. Inzwischen ist da jetzt nur einer. Sieht nicht aus, ob der Fahrrad steht. Ich kann eben auch nicht aus meiner Haut. Und vielleicht ist ja in dem Ding hier auch ein Rucksack. Gisela, Gisela, Gisela. Da ist G-Fahrrad. Doch. Ein Teil. Ein Teilfahrrad. So, das wäre das. Ach, das ist doch ganz chillig. Toastbrot, Mumpel, nehmen wir alles mal mit. Na, bis aufs Toastbrot. Ach, das kann man nicht essen. Ach, wo gibst du hier, meine kleine Sonnenschein? Else, ja. Shut your head. Ach, du bist aus Toast. Pulver Toast, Mann. Das sind aber ein paar dicke Tüten hier, meine kleine Schnulle. Guck dir den dreckigen Schlüpper an. Oh, die dicken Beene vor allen Dingen, hä? Guck mal, hier steht 12. Da sind 12 Scheiben Toast drin. Und vor allen Dingen, der sieht noch nicht mal so richtig aus wie Toast. Der sieht eher aus wie Zwieback. Oder Kekse. Zwölf Stück. Aber sind nur 5 drin. Immer. Maximal. 5 Stück. Aha, aha, aha. Hier wirst du nur beschissen. Das ist der einzige Trug hier. So, nehmen wir mal das noch mit. Mein Gott, Brille. Was ist denn hier wieder rum? Gib mir mal deine Brille, ich erkenne dich, was ihr rumlischt. Na, die wollen alle mitgucken. Das hat man doch vorhin schon. Ups, siehste? Vorhin ging das genauso los. Am Fenster wird er hier. Die Bagage. Gött zu. Ach, Opa. Opa hat vorhin schon nicht still gehalten. Noch ein Opa. Ja, siehste? Und wups. Na, halt doch mal. Ach, mein Gott, hier. Ja, was ist denn das jetzt? So, da hast du auch ein bloßes Gelb. So, den Bums hat man vorn auch schon. Wie viele Pfeile haben wir denn überhaupt noch? Fünf, ja. Jetzt müsst ihr ja alle nackt machen. Oh, mein Gott. Oh, Schreibendreher. Manchmal ist es doch nützlich, die mal so auszuziehen. Was machst denn du? Mensch, Böhnchen. Der legt dann einfach das erste Mal alles um. Und dann fängt er an, den soll es zerlegen. Dahin sollst du das jetzt durchsuchen, Böhnchen. Wie sind meine Pfeile? Ja, das reicht schon, Bunker, wa? Acht Pfeile. Läuft. Ach, das krieg ich mir doch gewuppt. Aber, trotzdem ist das drinnen, was ich dachte. Was ich gehofft hab. Gisela, Gisela, Gisela. Und weiter geht's ja. Du machst mich verrückt. Alter, das ist schon erstaunlich. Ich hab noch kein ähnliches Fahrzeug gefunden. Wahrscheinlich sind jetzt die Boote da und alle Fahrzeuge weg. Man kennt's ja. Und irgendwie hab ich das Gefühl, du findest doch kaum noch Reifen in den Garagen, hä? Ah, ich hab jetzt bestimmt schon 12, 15 Garagen durch und hab nämlich eh Reifen gefunden. Jetzt fehlen ja alle Reifen, oder was? Tatsache. Das ist ein Scheiß. Ach du Fuck. Ach du Fuck. Das sind zu viele. Ja, komm, den kann ich ja noch one-hitten. Und jetzt die dicke, die kriegst du ja mit der gröben Kelle. Hier, die kleine Rouladen, Renate. Na, fall doch mal um. Die kleine Fettkopf. Mein Gott. Es nutzt sich ab. Ich überleg mir grad, ob ich mir nochmal eine neue Axt mache, bevor ich wieder in die Bude reingehe, ne? Die Axt ist auf nur in 30%. Oder, ne, Reparaturkistchen find ich jetzt bestimmt nicht. Das gönnt mir die Lootfee nicht. Ups. Ah, hier ist noch ein Laden. Aber was suchst du? Nicht. Ich hab dich auch vermisst. Meine kleine Flulle. In jedem Spot. Oh, das ist ein Brustbacher. Mein Gott, fall doch mal um. Die Mütze, die scheint das alles abzufedern. Ach ne. Ist da dicke wieder. Bündchen, der Enz, wieso hast du das wieder auf den Enz? Hab ich die Pfeils wieder eingesteckt? Ja. Oh, Bandöffel. Der Lappen. Jetzt brauchen wir noch Alkohol. Den finden wir nicht. Ist das Boot hier? Natürlich nicht. Da würden wahrscheinlich auch die Reven fehlen. Ach du Scheiße. Ach du Fuck. Hui. Ich glaub, da hätt ich mir auch Zeit lassen können. Ah, die Puppies, sind jetzt auch noch zu blöd, um aus dem Busch zu winken, sowieso. Aber hier. Na hier, gehst doch die Musik. Ich wollte sowieso noch mal reinkommen. Ich hab meine Pfeile noch liegen lassen. Das ist ja früher, als Kinder, wenn wir Streit hatten. Wir haben ja früher immer so Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg-Kassetten gegaukelt. Wenn wir Streit hatten, da hab ich mir das dann auch wieder geholt. Wo ist meine Benjamin Blümchen-Kassette? Ne, nicht die. Benjamin Blümchen träumt und Benjamin Blümchen im Zirkus. Und meine Kindergarten-Gespielin wollte dann natürlich auch ihre Mickey-Maus-Hefte wieder haben. Da kamen die dann auch an. Ich renne da mit dem Schulranzen hier rum, hä? Da hat der für braun Fleck an der Hose. Ich muss gar nicht bitten. So, Böhnchen, wir sind bereit. Wir haben einen Hut, wir haben einen Schulrucksack. Wir löwen rum wie vorhin, bevor wir verreckt sind. Außer, dass wir jetzt den Vorteil haben, wir haben ein Holster. Immerhin. Ansonsten wie vorhin. Na gut, uns fehlt noch ein Haufen gerümpelt, was wir vorhin hatten. Zum Beispiel den geilen Schraubendreher. Naja, ich logg den jetzt mal an. Hui! Äh! Oh, Spreiner! Blümchen! Bitte nicht! Hui, 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 Hui! Ist hier Öfris? Oh, der hat doch nicht mal gepiepst, hä? Ach, du Kacke. Noch ein Busch geschissen war, das hat das lange gedauert. Das Abgewicht verge... Ach Gott. Wenn ich den jetzt ausziehe, kommt dann der Sprenger aus dem Busch gehobt. Halt mal still. Den Sprenger musst du unbedingt nur wegmachen. Hui! Das war schon erschrocken. Was ist denn das? Was ist denn das? AWM. Mumpeln. Nein, die brauchst du nicht. 15%? Nein. Jetzt. Das war nicht doch schon. Das musst du so machen. Da ist er. Ach du Fuck. Ein Zaun. Damit hat man ja vorhin schon schlechte Erfahrung gehabt. Mein Gott! Und der Zaun, der lädt mich am Arsch, hä? Was ist denn das für eine Hitbox? Das gibt's doch wohl nicht. Das sind doch Kackzahlen. Meine schönen Pfeile. Ach, das passt schon. Das ist doch keine Herausforderung. Jetzt brauchen wir richtig fetten Stuff, mein Pöhnchen. Äh, Metalldetektor! Geil! Geil! Weißt du, wenn ich einen Rucksack auf dem Rücken habe und zwei in den Pfoten, was gibt mir die Ludfee? Fünf Rucksäcke. Aber wenn ich nicht habe, Großart, da gibt die blöde Kuh mir so was nützliches wie ein Metalldetektor. Ja, ist klar. Eine Granate. Ein Mützlein. Ach, ich hab hier auch noch nichts gemacht. Noch kein Bett. Kein Unterstand. Kein gar nichts. Es müsste transportable Zelte geben. Das wär geil. Ein Kompass. Den nehmen wir mit. Den haben wir nämlich nicht. Och Gott, sind die schnell. Gott, sind die schnell tot. Das wollte ich sagen. So. Och, guck dir das an. Ein Rucksack. Aber natürlich kein schöner, großer. Sondern so ein kleiner. Ein Stab pro fest. Naja. Ein bisschen mehr Platz haben wir. Scherz. Ein Holster. Wir haben eins. Wir brauchen keins. Vielen Dank. La Lute de Fee. Ich kenn bloß Holla de Waldfee und Toffifee. Danach wird's enge. Die Mützen, Junge. Lass dich einäschern mit dem Stuss. Ich werde ja mit dem meisten Scheiß gar nicht so persönlich anfangen. Ich hab ja keinen großen Rucksack. Irgendwie erst wie großartig was reinzupacken. So. Jetzt kommt unsere Lieblingsbeschäftigung. Friedfische machen. Was braucht man eigentlich für so eine geile Zahnkette? Wie viele Zähne braucht man da? Genug. Schätze ich mal. Dreier. Da müssen wir drei Puppen die Zähne rauskloppen. Eine Schrotze. Die hier nur schon zwei hinpasst. Schön. Aber wir haben einen Schrotzenmumpel. Damit können wir uns etwas zur Wehr setzen. Jetzt lässt er die erst mal eh wieder fallen. Nützt ja nicht. Eine HS9. Die packen wir mal hier ein. Vielleicht finden wir ja ein Magazin. So. Jetzt nehmen wir unsere Mumpeln. Äh. Unsere. Dingsbums. Hä? Ne. Haben wir ja. So. Wow. Waffentarnung. Geht nicht hier drauf. Dann brauchen wir es nicht. Geht doch mal dorthin. Böhnchen. Ein Geigerzähler. Benützfisch. Jetzt gibt er mir ja keinen Rucksack. Das war ja vollkommen klar. Das hat man vorhin auch mitgenommen. Und eine taktische Armeehose. Na jetzt geht es doch endlich mal hier. In geordnete Bahnen. Siehst du. Guck mal. Hier haben wir noch für unsere. Schrotze. Ja die fetten Mumpeln. So. Also ein bisschen verbessert haben wir uns schon. Und das ist ja hier auch ein sehr schläger Bunker eigentlich. Sag ich jetzt. Aber wir haben immer noch viel zu wenig Platz. Ja. 357 Ammo. Das war wahrscheinlich für den Revolver den ich vorhin habe liegen lassen. So 45er Mumpel. Nehmen wir auch mit. So. Hier haben wir. Ein Einser. Rucksack. Und schon haben wir wieder mehr Platz. Na jetzt geht das hier rund im Mund. Na bitte. Und jetzt können wir nämlich auch die Schrotze hier reinpacken. Oder. Ne. Wir packen den Bogen rein. Das müsste jetzt. Ne. Hier passt es nicht rein. Nimm mal hier ein bisschen Platz. Müsste doch eigentlich nicht reinpassen. Gerade so. Da braucht der zwei. Ich kriege die Krise. Und dann nimmt die Schrotze so. Die nächste Mal auf den Trau. Eine Set. Immer wieder gerne. Pickeli und Frederik. So jetzt haben wir aber leider nur noch. Also ein Schrank wird übrig bleiben. Leider leider. Es sei denn wir finden hier noch einen Schraubendreher. Aber grundsätzlich haben wir erst einmal das was wir brauchen. Was mich jetzt halt noch ein bisschen besorgt. Ist die Tatsache dass irgendwie. Ne. Da ist die Tatsache dass ich. Dass die Autos alle. Keinen Reifen haben. Munition entladen. So das tun wir mal hier rein. Weil die Schrotze hier ist besser. Und jetzt. Jetzt geht das los. Jetzt geht das aber richtig sowas los hier. Bönchen ist schon ganz öfft gewebt. Haben wir alles? Ich bin so verwirrt. So. Vielleicht finden wir im Medizinbereich noch was nützliches. So Verbandsgedöns. Das wäre ja auch eine ganz geile Geschichte. Müssen wir aufpassen wegen. Sprengpubi. Hallo. Taddeus. It's free. Kälberschraubendreher. Ein Militärhemd. Denn das hat etwas mehr Platz. Ja. Die Bunker lohnen sich. Und ein gutes Messer. Das tauschen wir aus. Gegen das schlechte Messer. Höh. 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 Bönchen an jedem Spot. Du Scheiße. Das war das Vergerte. Das Vergerte seit ich zugemacht hab. Bönchen. Jetzt. Medizinbereich und so ne. Höhöh. Jetzt haben wir sie alle wachgemacht. An jedem Spot. Ein Desert Eagle Magazine. Und eine Tarnjacke. Die hatten wir auch vorhin. Bevor wir. Dahin gerafft wurden. Ich glaube die Lutfährte hat meine Leiche geplündert. Und hat das ja alles blöse hergetan. Die BDQ. Oh. Ein Desert Eagle Visier. Gibt's euch ja mal Waffen dazu. Eine Granate. Ja. Ich brauch Waffen Junge. Gebt mir doch gleich den Granatwerfer dazu. Das war's für den. Na gut. Was ist das hier? Schraubendreher. Das ist ja immer noch so unser. BGA. Das hat jetzt angehört. Dass er sich die Tür aufgemacht hat. Das kommt auch noch. Ist das Schraubendreher? Ja ne. Durch die Glasscheibe. Das gehöfst du nicht ab Uschi. Immer ja. Kannst du ja schießen. Das ist doch ja Glas. Sieht auch aus wie Panzerglas. Die drei Böhnchen. Das geht nicht. Aber ich kann sie durch das Ding schlagen. Oder was? Das ist gut. Das ist Quatsch. So ein Käse. Auch das Ding ist gebrochen. Ja. Schmerztabletten. Böhnchen. Da gibt mir mal was ab davon. So. Jetzt haben wir ja Verbandszeug. Ganz wichtig. Und ein Glas. So. Hier ist gelockt. Deine Mutti hat Locken. Pyjama. Hose. Wirken. Da hab ich ja vor dem. Größeren. Vor der 08. Da hab ich mich ja dumm und düssig gesucht. Eine Unterwäsche. Das waren ja nicht die seltensten Items ever. Die Socken und die Schlüpper und sowas. So. Wieder Verbandszeug. Ein Duft. Antibiotika wäre vielleicht ganz praktisch. Gerade am Anfang kriegst du es so oft auf dem Sack. Ein Läppchen. Alkohol. Ach. Was ich alles brauche hier. Das ist gar nicht mehr feierlich. Haben wir hier schon alles? So. Schnulli. Jetzt bist du an der Reihe. Wieso lässt du dich ja hauen? Aber bist du irgendwie. Komm mal her. Guck mal. Hier bin ich. Guck mal. Hier ist das Böhnchen. Na. Warum fachst du du den Tisch an? Seid du die aus der Schnauze hängst? Die Zunge oder was? Was hängt denn da? Komm mal her. Deswegen ist die vielleicht beim Arzt. Ganz schön überbiss. Komm her meine sexy Schnulle. Oh guck. Ich kann es gar nicht erwarten. Jetzt gibt es hier aber. Jetzt hat sie mir beinahe eine gefahrigt. Oh ja. Es ist die neue Schuhe. Aber Kampfstiefel. Wie schwer die zu beschaffen sind. Das ist ja gar nicht mehr feierlich. Ich meine hier gibt es ja einen Schuhladen und so. Ja tut mir leid. Ich würde es gerne ein bisschen spektakulärer gestalten. Aber das Nachkampfsystem ist einfach von Arsch. Ja ist gut bei Hündchen. Wir wissen es doch. Ja Schraubendreher ist jetzt nicht mehr so der Bums. Oder wenigstens mal eine Brechstange oder sowas. Aber. Ich will jetzt hier raus. Wir haben erstmal eine gute Ausstattung jetzt. Wir können uns zur Wehr setzen. Und wir haben etwas Hunger. Da werden wir noch was essen. Ja ich hätte gerne für die Knarre halt noch ein bisschen. Also so ein Magazin gefunden. Oder so haben wir nicht mehr zu essen oder was? Sieht so aus. Doch ein Mürchen. Ja jetzt kommt doch bald. Jetzt wird man eigentlich raus. Toll. So langsam. Damit wir uns nicht hört. Und jetzt. Ha. Ja wenn man das mal vergleicht. Wie wir reingekommen sind. Wie wir rausgekommen sind. Wir sind doch eigentlich schon gut ausgestattet. Gut. Uns fehlt zwar für die Knarre ein Magazin. Aber zur Not können wir ja einzelne Mumpeln reinfüllen. Wir haben eine Schrotze. Wir haben Mumpeln für die Schrotze. Es könnte schlechter laufen. Mehr Flüssigkeit als alles andere. Wir müssen ja gleich pullern. Ja. Das war jetzt erstmal der neue Start. Die nächsten Tage werden zeigen. Was ist. Wie sich das weiterentwickelt. Das nächste Mal würde ich dann. Ach der Airflop. Hab schon mal mitgekriegt. Das nächste Mal würde ich dann gerne in dieser Stadt gucken. Weil wir brauchen Schraubendreher. Entschloss. Und dann will ich ja hier wieder meine Bude bauen. Wahrscheinlich. Anmunkelt. So. Bis dann sage ich. Danke fürs Zugriff. Bis dann.